um und die wird das nicht eigentlich nur und muss es mir eigentlich mal auf vor schreibt mit nur noch ein bisschen lange das geht mit dem karten mit dem verbringt wir sind gleich brennt es wird im kuhl wir haben kein ruin ich mache brennt das Tötum kaputt ich bin er blind ist vielleicht aufgekehrt auch so wie ein Bild stand oben bei Vergeltung keine Ahnung, stand da oben bei ihm oben das bedeutet, dass du euch mehr Herz auf dem Boden dass der Killer bei mir in der Nähe ist ich will nicht sterben, ich bin zu jung zum sterben wer nennt das Ding hat er hat, da guckt die Schränke bei mir hier durch bis jetzt hier mit mir, geil, wo ich gekämpft habe ich habe jetzt hier zu besucht, ich habe mich, was hat das denn? was hat das denn? wer hat das mit der Potenzial Energie speichern? ich bin in die Kanadensammlung drin 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 dass du? das ist viel zufällig ein Blödsinn, ich hab keine Ahnung was das ist ein Saboteur ist so ein komischer Haken der man braucht das oder so davon direkt das kam wie schnell geht das denn? es kommt auf am Ende Warte, sieh da hat Täuschung benutzt, dass dieser Schrank aufgeht. Er hat Klaustrophobie dabei von Demo. Die Fenster sind gesperrt, nachdem er Gem flirbt. Und jener, das ist halt für die Leute, die taub schwimmen, auch dass sie das hören. Er hat, ich glaube, er spielt seine drei Perks. Ich habe einen Zähler verloren, als ich einen Skillcheck gemacht habe. Dass er dieses, ja, wie heißt das Perkoma? Warte, welches meint das? Vom Deathlinger, wenn uns Skillcheck machst du großartigen, das du Dings verlierst. Ach, wie das hat kein Ahnung. Soll ich nochmal Täuschung zeigen? Warte, guck mal, guck mal mal. Mir, sie zeigt jetzt Täuschung, die Gida. Der Renzo, euch rüber, wo die Zwiebel sind. So, die Zwiebel sind. Ja, okay. Ja, ich gehe im Bus. Ich hab keine Ahnung, was sie für Perks. Da ist das ist ein Zwiebel. Täusch, Täusch, Täusch. Das ist ein Killer, der hat einen Hut auf und hat einen Hut auf und hat einen Hut auf und den Tagant. Der zieht sich mit einer Druck ran. das sehe ich heute ist da 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 ja wäre schön wenn wir den umbringen könnten wir könnten, wir könnten der mich rausdrücken er versucht uns halt ja hops zu nehmen zu töten und wir müssen halt die hier reparieren fünf stück damit wir da rauskommen du hast Anführer mit sag ich doch ich habe Anführer dabei ich habe ich kann es leider nicht sehen dein Bild ist davor potenzierte Energiespeicher ja das andere da ist ein Volltrottel der hat einen Haken der Hand in der Brüche stehen ja das ist wenn du aufgehobt wirst ist der Haken ab zerlegen so wenn du runter geholt wirst okay I'm sorry von unten das ist irgendjens von der nicht von Ada von Rebecca da wo man die sieht und irgendwie da sieht man die auf dem Bild und macht es einen Daumen hoch? ne irgendwie als ob die sich mit irgendjemand der Hand gibt irgendwie so komisch sieht das aus da kommt was ja da 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 hinten ist er und jetzt erklärt mir doch mal bitte worauf wir den nicht schon bringen können weil er uns versucht zu töten ja, weil der Musch den doch irgendwie töten können nein wir haben fünf Gems pro spieler ein Gen und das heißt wir müssen da da dann raus und er versucht uns halt davon abzubringen das heißt wenn er uns kriegt sowie tamara die da jetzt gerade lag also dahinten wird jetzt da an so ich weiß nicht ob du die sehen kannst da diese haken da wird er jetzt sie sagt damit jetzt aufgehangen und davon da müssen wir sie runter holen und da ist er da nicht wundern ich bin gerade in einer anderen welt den spuch freilassen abgab aufgabe wieder an in der behalt versuchten uns da zuerst die macht es wieder nur bei der breite die europäische hohe 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 morgen Nein, hier hing fest! Henriожу! Die Mettygler Geräusche... Nein... Scheiße, der hab' ich gesehen. Nee, der Jayn hier gefällt dir wohl nicht? Ich will nicht. Numberllestrare Council Ah, so. Neiin! Hallo? Hallo? Er hat dreimal bei mir versucht und ist dann, ja, gegangen. Ich habe gerade kurz Panik gehabt. Also er versucht seinen Adept. Es schafft er aber nicht. Entschuldigung. Das wurde nicht cool. Da, er hat sich sehen, Mama. So einer ist das. Ey Schwein. Da. Daneben. Kein Ernst jetzt? Er bleibt bei Not. Oh jo, Not gut. Was ist das? Was ist das? Du musst es nicht. Oh, okay. So sieht er aus. Aber er lässt mich lieben. Ja, ne, aber ich schätze mich auf die Apokke. Da. Der sieht ja schlimm aus. Ich bin doch mal ein bisschen amerdig. Ich bin doch nicht. Meiner. Ne. Nein, ich darf gar nicht. Ich würde sagen, Tamar geht eher zum Ausgang. Einen wunderschönen Onkel Hofner. Hallo Hofner! Fällt dir das hin? Nein! Onkel sind's meint! Ich komme nicht hinterher! Weil ich sie weglocken will. Warum? Wir müssen zum Ausgang! Hallo. Ich bin halt weggerannt, weil ich nicht wusste wie weit der Macher ist. Er würde eh hier campen. Der Mensch geht raus. Oder? Ja klar, der kommt da hier rum. Füllt sich dein Balken? Der ist nicht mehr. Gibt's nicht. Nee, nicht beim Endspiel. Beim Endgame gibt's das nicht. Nicht beim Endspiel. Fuck. Ah! Oh, hi! Wo seid ihr da hinten? Ich bin durchs Mail. Da war ja doch meine Scheiß-Pirks nicht dabei. Gerade zufällige Pirkzeit-Scheiße. Kommt durch, kommt durch! Oho, hi! Oh, hi! Oh! Oh! Aus der Killer Perspektive ist es halt geiler. Nein, ich wollte noch gar nicht raus! Nein! Ich wollte noch gar nicht raus! Ich wollte noch gar nicht raus!